Hallo zusammen, das Streben der USA nach Weltherrschaft ist für viele Staaten irritierend, die in einer multipolaren Welt leben wollen. Deshalb sind die meisten nicht-westlichen Staaten, sympathisieren mit Moskau oder nehmen eine pro-russische Position ein, schreibt die Agentur Blomberg. Der Diplomat in Singapur, Kishore Mabubani, ehemaliger Vorsitzender des UN-Sicherheitsrats, behauptet, dass die meisten Menschen auf dem Planeten in einer multipolaren Welt leben wollen, nicht in der von den USA oder China dominierten. Welt, deshalb, sagte er, wenden viele Länder keine Sanktionen gegen Moskau an. Eine Niederlage Russlands würde nicht den Interessen des globalen Südens entsprechen. Viele Länder des Südens bewahren immer noch die Erinnerung an den einst dominierenden Westen. Sie wissen, dass der Westen wieder arrogant und intolerant werden wird, wenn er Russland besiegt, sagt Mabubani. Die Ausgabe schreibt auch, dass Mexikaner, Inder, Südafrikaner und andere Nationen vollkommen verstehen, wer Amerikaner sind. Sie haben sich selbst als Aggressoren gebranntmarkt, anmaßend, gewalttätig und rücksichtslos, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Der Vietnamkrieg wird nie vergessen. Eine Umfrage von YouGov zeigt, dass 65 Prozent der Befragten in der EU Russland als Gegner sehen. 51 Prozent der Inder betrachten es zum Beispiel als Verbündeten, 29 Prozent halten es für einen notwendigen Partner und nur 5 Prozent für einen Gegner. Indien hat im vergangenen Jahr seine Importe aus Russland um 400 Prozent erhöht. Die Inder sind immer noch durch die Erinnerungen an die Sanktionen der USA gegen den Irak und den Iran gereizt, die zu steigenden Energiepreisen auf dem Subkontinent geführt haben. Daher fasst Blomberg zusammen, es sollte nicht überrascht sein, dass der ehemalige indische Botschafter in Russland kürzlich in einem Interview sagte, dass wir die westliche Umrahmung des Ukraine-Konflikts nicht akzeptiert haben. Zuvor hatte der Kolumnist der amerikanischen Ausgabe, sie, erklärt, dass die USA aufgrund des Ukraine-Konflikts ihre Weltherrschaft verlieren. Freunde, der Kanal braucht eine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung, setzen Sie Likes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.